Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir zu Dying Light 2 Stay Human. Das Ganze auf der Xbox Series X und wie ihr schon erkennen könnt, ich freue mich richtig total es schon wieder zu spielen. Ich bin einfach richtig, richtig froh und ich kann das wertschätzen, dass ich das Ganze auf der Xbox Series X spielen darf. Das Ganze wird aufgezeichnet für euch in 4K, HDR und 60 FPS. So, kommen wir zum Spiel. Ich spiele das Ganze auch schwer. Bis jetzt muss ich sagen, es ist sehr gut. Der Schwierigkeitsgrad ist ausbalanciert. Manchmal denke ich noch, ich wäre der Superman. Renne dann in die Menge rein und dann sterbe ich halt. Aber wenn ich das Ganze mit Geduld angehe, dann passt alles perfekt. Kommen wir zur Story. Mit der Story schaut es so aus, ich muss in die nächste Stadt gelangen. Das Problem ist, die Peacekeeper versperren mir den Weg. Die öffnen mir den Weg unter einer Bedingung, wenn ich den Mörder finde von Lukas. Das war ihr ehemaliger Anführer und ich muss, um Beweise für Lukas ein Mörder zu finden, muss ich andere Quests erledigen. Das heißt zum Beispiel, ich muss jetzt für Sophie ihre Freunde Rache nehmen und komme vielleicht über sie an eine Information, die mir sagt, wer der Mörder von Lukas ist. Das hört sich jetzt ganz kompliziert an, aber ist es auch irgendwie. So, egal. Los geht's, Leute. Ich mache aber erstmal eine Sidecrest, definitiv. Ich versuche, so viel wie es geht von dem Spiel zu erleben. Weil solche Spiele wie Dying Light 2 muss man einfach, wie soll ich sagen, da muss man sich alles anschauen. Ich finde, das ist nicht so ein Spiel, wo man einfach mal mit dem Speedrun D spielt, weil sonst kriegt man vielleicht nur 30% mit oder weniger, ich weiß es nicht. So, da haben wir schon die ersten. Ich muss mein Mikrofon nochmal richten. So, komm her, komm her. Ups. Halt schon Taste gedrückt. Hey, hey, Kollege, was ist mit dir? So, ich muss erstmal ein bisschen wieder vertraut werden. Aber wie ihr gesehen habt, ich habe gerade davon geredet mit Superman-Taktik. Das klappt halt nicht immer. Oh Mann, ich habe keine Midi-Kids mehr. Nicht gut. Oh, danke, er hat gleich mal eins für mich. Oh, das dauert lang, das ist ein Schufe 1 Midi-Kid. Die dauern immer so lange. So, das brauchen wir alles, um mir die Kids herzustellen. Ich kann gleich zwei Stück herstellen, das mache ich auch definitiv. Molotov-Cocktails, wie schaut es da aus? Teile habe ich ja fast gar keine mehr. Ich muss sagen, ich habe alles für meine Wurfmesser ausgegeben und habe eine Zeit lang damit gespielt, herumgetrickst und versucht. Aber es ist, sage ich, sinnlos. Ich sollte mich nur auf meine Nahkampfwaffen beschränken. Aber gut, Leute. Scheiße, ich hatte dabei ein schlechtes Gefühl. Kannst du das glauben? Noch ein PK? Weiß das nicht, Gary. Was ist hier passiert? Daraufhin folgten dann die Aufstände. Die Leute waren außer sich. Wie sollten sie sich und ihre Familien beschützen? Es gab massive Unruhen. Also wurde eine Ausgangssperre verhängt. Und es gab Hausdurchsuchungen, um sicherzugehen, dass niemand irgendwelche Waffen zu Hause versteckte. Die Strafen für die, die sich nicht daran hielten, waren ziemlich hart. Na, da ist eine Tafel. Okay, 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 komm. Ich meine, ich würde mir das gerne anschauen, Leute. Aber ich kann euch gleich sagen, wenn ich mich alles bis zum Ende anschaue, dann komme ich hier nicht mehr zum Spielen. Und das ist jetzt nicht böse gemein oder Techland oder Sonstiges, aber... Ja, so ist das. So, das ist ein Zombie, der schwimmt. Auch nicht schlecht. So, wo muss ich jetzt hin? Da ist... Da ist... Du meinst also, Pratt hat falsch entschieden, den... Okay, okay, komm. Irgendjemand wird verpügelt, den helfen wir gleich. Dann gibt es immer gute Sachen, vor allem für die Nacht. Schaut es euch an, diese Hunde. Ich helfe dir, Mann, Junge. Ich sag denen mal, wenn ihr mal weiß. Komm her. Was ist mit dir? Komm her. Dann gleich auf die Beine. Ich nehme es mit euch allen auf. Ja, kommt ruhig, kommt ruhig, kommt. Kommt weg. Oh, noch mehr. Kommt her. Was ist mit dir? Kommt. Kommt, was ist los mit euch, Leute? So. Hey, 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 jetzt wird es ein bisschen nervig hier mit euch. Okay. Ich konzentriere mich jetzt mal wieder. So, er ist gleich tot. Den finischen wir. Mann, das ist so geil, Leute. Ihr müsst das selber spielen. Scheiße, Waffe ist kaputt. Was geht denn hier? Oh, scheiße. Fuck, fuck, fuck. Ich bin gerade etwas ungestühlt. Ich bin gerade etwas ungestühlt. Ich komme gleich. Warte. So, ein paar feste Schuhe. Ich gehe schwer davon aus, dass dies bestimmt Leidenschaften sind. So, was hat er für uns? Hast du ein Problem? Wer hat ein Problem? Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Reicht das? Natürlich. Ja, ich mache das gerne. So, meine Waffen sind definitiv Schrott. Die droppe ich jetzt einfach mal weg. Fertig. Weg damit. Bringt mir alles nichts. Die Waffe verkaufe ich. Einen Abrisshammer habe ich bekommen. Also, ich bekomme langsam ein paar Probleme hier, weil meine Waffen etwas Schrott sind. Also, ich muss sagen, ich habe den Klempnerhammer für mich entdeckt. Ich spiele eigentlich nur mit Schnittwaffen, aber der Klempnerhammer hat so viel Power. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Wir nehmen auf jeden Fall... So, ist am besten. So, das nehmen wir gleich ein am besten. Oh, das wird schwierig, Leute. Ich brauche definitiv viel mehr Ausdauer. Da stand noch was von 300. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel. Bitte in Ruhe lassen. Das kenne ich doch, ey. Da könnte ich doch eigentlich ruhig und den Behälter rausholen, oder? Da war ich noch nicht drin. Es wird nachts, Leute. Die beste Zeit für mich in dem Game. Da muss ich hoch. Da muss ich mir jetzt erst mal einen Weg finden. Das machen wir auch gleich, weil ich brauche noch einen Hemmstoffbehälter, um das Level von dem Charakter zu erhöhen. Also, man braucht insgesamt drei Stück. Dann kann man ein Level erhöhen vom Charakter. Und das müsste ich langsam mal machen, weil... Ich brauche euch mal ein paar neue Skills. Nein, jetzt nicht. Jetzt nicht. Komm, jetzt bin ich gerade hochgeklettert. Jetzt lasse ich sterben. So, ich hoffe, ich komme von da rein. Gut. Wir kommen rein, auf jeden Fall. Ich mache das jetzt auch. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal drin war. Ich weiß es... Und... Ah, nee. Hier war ich... Nee, nein. Hier gibt es ein Problem. Der Ort ist, glaube ich, verseucht. Hier gibt es gleich vier Behälter. Ich könnte gleich zwei Level aufsteigen, wenn ich alle hier finde. Oh, weg. Wow. Ist es denn in Level vier? Okay. Wow, das wird nicht ohne, Leute. Also, das hatte ich noch nie in Level vier Zolle. Der kann sowieso nicht aufstehen. Schaut mal, wie viele Schläge ich brauche mit denen. Das wird hart. Aber bei mir ist es definitiv... Wow. Wow. Komm, komm, schnell, schnell. Schwierig, Leute. Das wird ein richtiges... Level vier Zombie. Das macht keinen Sinn. Ich hau ab von hier. Also, ich muss abhauen, weil das schaffe ich nicht. Leider Gottes. Also, zurück. Meine Waffe ist auch schon fast kaputt. Einfach aus Synchron, weil die Zombies so viele Schläge brauchen. Wow. Du bist der Endstoff behelper. In der Nähe. Hilfe! Ich verwandle mich! So, den brauche ich definitiv. So. So, den brauchen wir. Ich brauche mehrere davon. Wegen den Trophäen. Die Trophäen braucht man einmal in dem Spiel. Ich erkläre es mir mal ganz kurz. Dass man Mods herstellt, zum Beispiel. Oder seine... Sachen upgrade, wie zum Beispiel das Arzneimittel oder andere Dinge. Und dafür braucht man Trophäen von seltenen Zombies. Sonst funktioniert das Ganze nicht. So, ich bleibe mal lieber auf dem Dach. So, ich würde sagen, da haben wir ein Ausrufezeichen. Okay. Oh, das war knapp. Du darfst nicht zulassen, dass mir das passiert. Kein Problem. Dafür habe ich 200 Punkte bekommen. Das ist sehr gut. Nimm das. Komm, her damit. Dafür kriege ich ein Auffutschmittel. Gleich ein Lilanes. Also habe ich Gewinn gemacht. So, wir haben hier... Ich muss jetzt die Quest machen hier. Komm, weg, weg, weg. Die restlichen Mutanten. Müssen wir gleich mal aus. Schnelles, schnelles Klettern. Bewegen sich vor vorstellern. Oh, das ist sowas brauchen wir. Genau. So, hier ist ein Ausrufezeichen am Bassa. Komm, Tür auf. So, wir reden gleich mal mit ihm. Ein kleiner Tipp noch von mir. Falls ihr zu einem Händler geht, verkauft gleich mal euer Zeug. Schaut, was er im Angebot hat. Also, ich bin es so. Normalerweise findet man alles in solchen Spielen wie Dying Light oder was weiß ich. Man muss eigentlich nichts vom Händler kaufen. Aber ich muss sagen, hier finde ich ehrlich gesagt nichts Gutes. So, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, das können wir vielleicht noch gebrauchen. Kaufen. Kriegssäge, Leute. Kraftangriffsschaden. Also, Kraftangriff ist der aufgeladene Schlag. Stechklauen. Da komme ich mir jetzt. Weil ich das hier denke ich an Wolverine. Strichgut mal hätte. Und nein, ich möchte davon nichts, weil ich möchte das finden. Ich meine, ich habe davon viel mehr, wenn ich das finde. Ja, ein bisschen schwach muss ich es sagen. So, Bauteile kann ich euch auch empfehlen. Falls ihr welche kaufen könnt, nehmt die gleich mit. Ihr werdet die immer gebrauchen können. So wie die Teile. Ich habe das keine mehr. Ich kaufe gleich alle. Elektroteile braucht man für Mods. Nehme ich auch gleich alle mit. Stofffetzen. Nehmen wir alles mit. Dann gehen wir gleich raus. Nehmen die Sidecrest an. Und dann läuft das Ganze, Leute. Das heißt, Nolan, kann ich helfen? Ups, sorry. Kannst du mir eine Belohnung antigen? Hey, ich kann mich umschauen, aber ich bin neu hier. Ich habe nicht viel. Wir, wir auch nicht, aber ohne sie hätte ich gar nichts. Wenn du sie findest, kann ich etwas mit dir teilen, das ich für schlechte Zeiten aufgehoben habe. Okay. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Okay, ich kann versuchen, sie zu finden. Als Pilger habe ich viele Spuren verfolgt. Was? Ein Pilger? Pilger. Du hast Glück, dass es hier um meine Kinder geht. Ich weiß, welche Art Menschen zu pilgern werden wollen. Okay. Vielleicht planen sie eine Überraschung zu meinem Geburtstag. Diese Schubladen denken wieder. Schublade auf, rein, stopp, alle sind gleich so auf die Art. Oder was weiß ich. So, das machen wir schlimmer, oder? Würde ich sagen. So, Target Buch, Story Quest, Nebenquest. Wo ist das? Ich muss sie hier suchen. Also, ein paar Ecken kenne ich hier, definitiv. Wo ich suchen würde. Hey, ich suche nach zwei Kindern, Scott und Mo. Mo? Das ist mein neuer bester Freund, wissen Sie? Nach Buddy natürlich. Hast ihn heute gesehen? Heute nicht, nein. Aber er und Scott kommen in letzter Zeit oft zum Spielen zu mir und Buddy. Am Anfang hat Buddy ihnen nicht getraut. Aber jetzt haben wir echt viel Spaß. Kennen Sie Buddy? Buddy ist mein Hund. Sie haben ihn nicht gesehen, oder? Ziemlich groß, dichtes, schwarzes Fell, rennt Bellen hinterher wie ein Welpe, ist aber schon ziemlich alt. Nein, aber ich dachte sowieso, dass Haustiere im Bazar nicht erlaubt sind. Was ist mit Mo und Scott? Irgendeine Ahnung, wo sie sein könnten? Äh, wer weiß. Aber Buddy, Buddy ist ein Streuner. Er kommt jeden Tag her und spielt mit mir. Ich würde ihn ja mit nach Hause nehmen, aber mein Onkel erlaubt's nicht. Irgendwann vielleicht. Okay. Ein sanft unterbrechen. Das ist ja wirklich toll, aber ich muss jetzt wirklich weg. Scott und Muffin. Es ist echt total. Ich war... Hör mal, Junge. Ich hab wirklich keine Zeit für eine Hunde. Er... Ich seh dir, das meine ich. Da kann man sich totquatschen und zuhören und er fängt an, von Hunden zu erzählen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich hab einfach keinen Bock drauf, Leute. Komm, geh weg. Deswegen überspringe ich das Ganze einfach. Fertig, Außenhände. Na, und dann möchte ich auch nicht unhöflich sein. Das meine ich jetzt mit unhöflich. Ganz einfach gegenüber Techland. Die haben sich die Mühe gegeben. Aber wie gesagt, wenn ich mir alles anschaue, dann komme ich nicht mehr zum Spielen. Boah, hier mache ich alle Sidequests und alles. So. Eigentlich könnte ich hier mal die Sequestern nehmen bei Nacht. Die ist nur bei Nacht nämlich. Also das wurde ich jetzt nicht. Das war nicht gut. Da ist echt viel los hier unten. Hallo, Hermann. Wo ist Sophie? Eigentlich wollte ich eine Sidequests machen. Warum warst du nicht bei der Mission? Ich habe jetzt die Manquests. Und ich denke, wenn ich jetzt schon davor schiebe, mache ich das gleich fertig. Okay. Das heißt wohl, ich soll hier warten. Machen wir gleich die Manquests. Wenn ich schon hier bin. Aber jetzt geht die Nacht rum. Das wollte ich nicht. Genau, das wollte ich nicht, Leute. Hä? Ich spiele eine Szene aus seiner Kindheit wahrscheinlich nach. Schaut aus wie das Krankenhaus, wo die Kinder getestet wurden. Mia? Und für die, die es noch nicht wissen, Mia ist seine Schwester. Mia, wo bist du? Dreht sich das ganze Spiel mehr oder weniger. Aiden, also den Charakter, den man spielt, versucht seine Schwester zu finden. Oh nein. Nein. Ganz kurz. Weil sie es noch nicht gewusst haben für die Zuschauer, die das Video als erstes angeschaut haben. Jack und Joe werden dafür zahlen, was sie getan haben. Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich wusste, Carls Plan ist scheiße. Und trotzdem habe ich ihm die Führung überlassen. Du denkst, Jack und Joe könnten etwas mit dem Mord an Lucas zu tun haben? Joe vielleicht. Er ist ein totaler Psycho. Und ein Dieb. Er wusste, die Peacekeeper hängen ihn, wenn sie ihn erwischen. Aber Jack hätte das nicht zugelassen. Ist zwar ein Feigling, aber er denkt rational. Mach dir keine Vorwürfe. Es hätte viel schlimmer kommen können. Wenn ich auf mich gehört hätte, hätten wir jetzt Wasser und mehr von unseren Leuten wären am Leben. Du hast getan, was du tun musstest. Du hast getan, was Carl wollte. Ja, aber ich lasse nicht zu, dass er den Bazar ins Verderben führt. Verstehe. Warum war Hörme nicht mit bei der Mission? Gegen den Kerl hätten die keine Chance gehabt. Er? Er ist stark, aber hilflos wie ein Kind. Ein verdammt großes Kind. Du verstehst das nicht. Hermann ist fast taub. Er war früher der Leibwächter meiner Mutter. Ach so, deswegen will ich mich erinnern. Nachdem sie gestorben war, blieb er in unserer Nähe. Einmal ging das Licht in meiner Unterkunft aus. Die Infizierten brachen durch ein Fenster. Hermann versperrte den Weg und warf eine Granate auf einen Infizierten in der Nähe. Er überlebte die Explosion, aber verlor sein Gehör. In einem Kampf Mann gegen Mann ist er beinahe unbesiegbar. Aber wenn er von hinten überrascht wird, ist er so verwundbar wie ein Kind. Ja, das ist jeder. Eine Wahnsinnskombination, vor allem für ihn. Deshalb bevorzuge ich es, ihn im Auge zu behalten. Manchmal frage ich mich, ob er auf mich aufpasst oder ich auf ihn. Und wie lautet der Plan? Von nun an folge ich meinem Bauchgefühl. Unter meiner Führung wird sowas nicht nochmal passieren. Wenn du dich ein bisschen mehr beeilt hättest, wären vielleicht noch mehr unsere Leute am Leben. Ich dachte, ein Pilger wie du kann rennen wie eine verfickte Gazelle. Barney, halt den Mund! Was? Hätten wir ihnen rechtzeitig geholfen, würden wir jetzt Party machen und keine Trauerfeier. Falls du deine Meinung änderst. Er kann echt nerven. Aber eines Tages werden wir etwas Gutes für diese Stadt tun. Also wenn ich eine Frau hier im Spiel daten könnte, wäre es hier diese Blondine. Na? Im Master-Effekt ging das ja auch. Hier anscheinend nicht. Du und Bird. Ich. Oh, das ist ziemlich... Ups, sorry. Wenn du es schaffst, diese Banditen zu erledigen, Jack Arsch und Joe Loch. Glaubst du, die Herren Arsch und Loch umzulegen wird irgendwas ändern? Der Tod ändert normalerweise schon etwas im Leben eines Menschen. Carl hatte Unrecht. Wir hätten sie gleich verfolgen sollen. Aber Recht oder Unrecht, wir müssen ihm helfen. Er ist einer von uns. Wir retten ihn und beschaffen die Kristalle von Jack und... Außerdem werde ich sie nicht mit dem Mord an meinen Leuten davon kommen lassen. Ralph, Susie, Logan, Birdie. Sie verdienen Rache. Und Jack und Joe ein Todesurteil. Also werden sie sterben. Dein Funkgerät. Ja, rauscht manchmal. Geh zu Alberto. Er kann solche Sachen sofort reparieren. Danke. Alberto. Hier werden gesorgt. Jetzt. Es geht um ihr Leben. Finde ich nicht so toll, wenn ich jemanden habe, der mich beobachtet. Ich hole mir erstmal hier diesen seltenen Zombie. Da ist er. Nein, nein. Ich vergesse immer, dass man da runterrutscht. Habt ihr jetzt gesehen, für was die Messer gut sind? Und nämlich, schmeiße ich die auf ihn. Und dann ist er für eine kurze Zeit paralysiert. Für ein, zwei Sekunden. Genau. So, ich bau mir gleich alles zusammen. Da haben wir schon wieder eine blaue Raute. Kein Problem. Hey, hey, hey. Double Combo, Leute. So. Habt ihr gesehen, das mache ich immer gerne. Ich dub mich. Versuche, dem Zombie sein Bein oder sein Fuß abzudrennen. So stirbt er schneller. Wir bringen ihm seine Energieanzeige auch nichts. Weil, wenn ich ihm den, sein Fuß abhacke, dann war es das zum größten Teil. Bleib hier, bleib hier nicht runterfallen, bitte nicht. Bleib wohl, bitte. Tu schon mein Bestes. Du hast mir gerade das Leben gerettet. Erlaube mir, dir das zu geben. Auch geil, oder? Man kann durch den Zaun die Taschen durchsuchen. Nicht schlecht. Ich frage mich, was zur Hölle im Zentralring vor sich geht, seitdem die PKs den Zugang eingeschränkt haben. Manche behaupten, die Abtrünnigen greifen bei uns ab. So, ich bleibe auf dem Dach. Da haben wir einen, aber ich mache den jetzt nicht. So, dann können wir wieder Medikids herstellen. So, nochmal abscannen. Das ist nochmal Kamille, sehr gut. Ich schaufle lieber mit. Dann stelle ich mal zwei Medikids schnell her. Dann geht es auch gleich weiter. Ich versuche, mich zu beeilen. Was wollen Sie? Mir gefällt nicht, was hier vor sich geht, Aiden. Zuerst töten Jack und Joes Banditen Karls Leute. Jetzt macht Sophie sich bereit zum Vergeltungsschlag. Sie machen doch da nicht mit, oder? Sie sagten doch, ich soll ihr Vertrauen gewinnen. Ich werde Sophies Lager durchsuchen. Deshalb bin ich gekommen, um sie zu warnen. Gerüchte machen die Runde. Sie haben den Lazarus für mich gefunden. Sie könnten sie verdächtigen, ein PK-Spion zu sein. Sind Sie nur hergekommen, um mich zu warnen? Sie haben mir mit dem Lazarus geholfen. Und ich kümmere mich um meine Verbündeten. Sophie kämpft einfach nur um Wasser, das ist alles. Ich glaube nicht, dass sie misstrauisch ist. Glauben Sie das wirklich? Sie hasst die Peacekeeper. Sie gibt uns die Schuld, dem Bazar nicht geholfen zu haben. Und auch die Schuld am Tod ihrer Mutter. Wenn wir also anfangen, ihre Leute zu befragen, seien Sie lieber vorsichtig. Danke für die Warnung. Haben Sie irgendwelche Informationen für unsere Untersuchung gesammelt? Sophie fragt sich auch, wer Lukas getötet hat. Was soll sie auch sonst sagen? Die wissen, wenn wir beweisen können, dass Sie Lukas getötet haben, gibt's ein Blutbad. Finden Sie von Sophie heraus, wann Sie den Angriff plant. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wo Sie gerade sind. Seien Sie vorsichtig. So. Passen Sie gut auf sich auf sich. Wie heißt das? Wir tanzen auf zwei Hochzeiten. So ein Sprichwort gibt's da. So fühlt sich das Ganze gerade an. Was ich nicht so besonders gut finde. So fühlt sich das Ganze an. Äh, wohin? Hier geblieben, hier geblieben. Ich brauch euch. Profäe. Genau. Perfekt. Ich stehe jetzt hier unten. Und er sagt von da oben. Gib acht eben, okay? So, das blaue Karo mach ich auch wieder. Ich hab einfach Bock gegen Menschen zu kämpfen. Das macht so viel Spaß, Leute. Das Kämpfen allgemein hier. Das Kämpfen ist immer so gut. Komm weg, weg, weg. Ich hab hier eine Quest mit einer Zeit-Uhr nebenan. Samt-Uhr, sorry. Ich glaub, das hatte ich das letzte Mal schon. Die Mission kann ich nur in der Nacht machen und erledigen. Und wenn ich die annehme, kann ich sogar gleich auf Nacht in die Nacht reinkommen. Ich spiele Rapunzel, siehst du doch. Was denkst du denn, was ich hier mache? Raumschalten oder wie auch immer. Ich bin in meiner Wohnung gefangen. Und das von meinem Bruder. Zum Glück hab ich's auf dem Balkon geschafft. Spielst du den Prinz und holst mich hier raus? Na, klar. Warum nicht? Klingt lustig. Nein, warte. Mein wundervoller Timur wird mich befreien. Er muss nur erfahren, dass mein Bruder mich hier drin eingeschlossen hat und mich nicht rauslässt. Kannst du ihm sagen, dass ich gerettet werden muss? Und wo finde ich diesen wundervollen Timur? Tja, also, heute Nacht sollen Timur, mein Bruder Lohan und eine Gruppe Überlebender klar Schiff machen mit den, äh, den Infizierten aus dem Wohnblock nördlich von hier. Okay. Auf der, dass er liebt. Alter, was? Komm, bitte. Wir machen das. Nachtüber. Das meine ich. So ein Symbol mit der Sanduhr Sagt mir, dass dies eine Mission in der Nacht ist und dass ich das Ganze gleich umschalten kann. Wer ist da? Kommt her, Mann. Geht's gleich ab, wa? Hast du Angst bekommen, mein Freund? Komm her. Na, wie gefällt dir das? Komm her. So. Ein Tipp von mir, schaut immer, dass ihr alle im Blick habt. Alle Gegner, stellt euch vor sie. Genau solche Sachen machen, dann. Auf geht's. Jetzt kann ich nicht ablaufen. Ich hab's. Überraschung, du Scheiß. Dich hol ich mir. Versuch das mal. Keine Träume. Ich hab was für dich, du Pentel. Nope. Du gehörst mir. Jetzt hab ich. Na, stirb. Kriegst du's geschehen? Kältig. So, kurzer Prozess. Ja, okay, so kurz war's, ne? Ich meine, es ist jetzt nicht schwer gegen drei Gegner. Die Sache ist immer, was ich finde, persönlich. Hier war doch ein Behälter in der Nähe, oder? Wo ist denn der Behälter? Ich mach jetzt erst mal die Quest. Hier ist so viel Zeug auf dem Weg, was ich schon wieder machen können. Aber, wenn man nicht den Platz hat zum Kämpfen, Leute, dann ist das nicht so gut. Weil, habt ihr gesehen, die drücken einen immer wieder zurück und dann kriegt man Probleme. Ja, schon wieder jemand, der Hilfe braucht. Ich mach das mal. Er braucht nur Verband oder sowas. Komm, mir helf ich. Komm, bleib cool, komm. Bitte nicht heulen. Nimm das. Vielen Dank für deine Hilfe. So, gibt's wieder schon. Auch nicht schlecht. Sehr gut. Perfekter Ort. Gleich mal alles einsammeln. Klempnerhammer. Hab ich keinen Bock drauf. So, die Quest ist da drüben. Schon wieder. Hat nicht geklappt. Das Licht lassen wir mal lieber aus. Jetzt sind wir wieder oben, jetzt können wir es wieder anmachen. Wow, Leute. Hier sind Schreier hier drin. Aber das ist nicht so toll. Ein Heuler. Okay, sorry. Kein Schreier. Sondern ein Heuler. Den müsste ich mir als erstes schnappen. Weil sonst wird das hier ein Problem. So, Leute. Ich hab hier ein Problem, wie ihr seht. Das Spiel spinnt schon wieder. Und ich flipp aus. Denn ich muss an dieser Stelle. Oh Mann ey. Das ist so. Also ich find's zum Kotzen ehrlich gesagt. Ich muss abbrechen. Ich muss neu starten. Dieser Soundbug. Ist so nervig. Und dass der noch nicht behoben wurde. Das Problem ist. Ich kann nicht jetzt einfach Start drücken. Und ins Xbox Menü. Und dann wieder ins Spiel zurück. Der Soundbug. Der bleibt einfach. Ich muss das ganze Spiel wenden. Und neu starten. Und das nervt. Tierisch. Deswegen. Bitte nicht übel nehmen. Dafür kann ich nichts. Ich mein. Das Problem kommt mehr. Vom Spiel. Von Techland. Was jetzt aber nicht so schlimm ist. Weil. Seit dem Release. Hatte ich. Noch. Keine richtigen Fehler. Und die paar Fehler. Die kann man schon. Ich sag mal. Die sind schon okay. Mal und ich hab den Heuler grad. Wer garantiert mir jetzt. Wenn ich wieder da reingehe. Dass ich den jetzt wieder kill. Was ist wenn er mich als erstes sieht. Wisst ihr was ich mein? Das ist halt immer das Problem an solchen Sachen. Aber okay. Wir sind gleich bestimmt wieder dort. Immer schön auf dem Dach bleiben. Hempstoffbehälter. Hempstoffbehälter. Ergarten. Hakegstab. Komm den nehmen wir mal mit leute. Warum nicht. Das ist schon mal sehr gut. Braucht das alles. Geht halt auch einfach um die Medikids. Die ich mir selber herstellen muss. So. Wir gehen hier runter. Springen dann da rüber. Solle funktionieren. Manchmal habe ich Angst, dass ich da runter fliege. So. Schauen wir rein. Das brauche ich definitiv noch nicht. So. Das ist kräftwiderstand. Maximale Ausdauer. Regenieren. Ein wesentlicher Teil ihrer Immunität. Das können die vielleicht später. Stromschlag können die auch später gebrauchen. Das Licht muss ich ausmachen. Ich bin jetzt auch ein bisschen zu ungestüm. Das sind die Dinge. aber ich hab mir das schon fast gedacht hey 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 ich hab gesagt was du mir anpassen darfst die zigaretten nehmen wir mit rolle schachtel schimmelbüro geht er weg ich sag dann bleib weg ganz ruhig bist du timur was willst du von meine schwester schickt dich tja zu spät zu spät wofür timur verwandelt sich und alle haben sich verwandelt das tut weh hat das was damit zu tun warum du deine schwester in ihrer wohnung eingesperrt hast der lebt ja noch der andere der hat die beile aber eingesperrt überall weißer ich hab als einziger überlebt ist der krank aber er hat auch recht ich würd mich auch selber schützen aber stattdessen hab ich sie eingesperrt und bin zurück hierher um dieses chaos zu beseitigen ich wollte ich wollte nicht dass sie es erfährt erst wenn ich das hier aufgeräumt hab erst wenn ich weiß was ich ihr sage sie ist erwachsen lowen hast du eine schwester nein ich ich meine es ist kompliziert dann musst du mich doch verstehen ich muss sie beschützen Aiden bist du da bist du schon bei dem wohnblock du darfst es ihr nicht erzählen Aiden du darfst es ihr nicht erzählen Aiden ich muss das machen ja aber dann gib mir Timur du Trottel mit ihm muss ich reden ich das geht leider nicht was Timur hat sich verwandelt er ist nicht mehr dein Verlobter was hat er du lügst hat mein Bruder dich dazu angestiftet ihr Männer ihr seid allesamt Arschlöcke ok nein ich sage die Wahrheit dein Bruder hat nichts damit zu tun warum willst du nicht dass ich glücklich werde bist du zufrieden Rose ist meine Schwester glaubst du ich werde nicht mit dir fertig Idiot was will denn der alle sind immer so so böse ich verstehe das nicht also ich hätte schon Bock jetzt ihm einfach rein zu hauen ich mach das auch das ist ja das gute an der umgeschnittene Version man kann einfach die NPCs prügeln wenn man möchte ich werde ihn auch töten ey lass mir das nicht gefallen Morphin ist gelb also legendär auch nicht schlecht also wenn ich ihn töten kann mach ichs einfach ich mein was soll mir passieren die Tür kann ich nicht öffnen die Tür kann ich nicht öffnen hier ist noch eine Kiste da liegt was gelbes gelb heiß leute ein Sammelgegenstand den hole ich mir den hole ich mir seht ihr das ist gelb das ist ein Sammelgegenstand definitiv ist immer dasselbe ich weiß das ist das ist die das ist einen moment ich habe es gleich sehr viel zum einsammeln immer die frage ist wie komme ich dahin vielleicht kann ich hier noch eins höher wenn nicht dann gehe ich gleich weiter schon nicht so aus hier waren aber noch kristalle irgendwo genau hier die nehmen wir gleich mal mit ich weiß nicht für was sie sind ich habe es noch nicht herausgefunden aber zum irgendetwas findet man die gebrauchung zum herstellen so das war's hier laufen wir in die andere richtung wo war das jetzt hier war doch irgendwer noch was zum sammeln jetzt noch im stoff behälter aber leute ich würde sagen ich beende das ganze wäre jetzt der beste zeitpunkt auf jeden fall ich habe es gespielt und ich bin immer noch so begeistert und das ist so geil einfach und gut mir fällt nichts mehr ein deswegen leute abonnieren nicht vergessen liken kommentiert wir sehen uns zum nächsten mal servus leute machts gut oder machts besser